Hey Leute, in diesem Video erfährst du erstmal, wie man eigentlich das Laufbandband einstellen und somit natürlich auch den Walking Pad Gurt nachspannen kann, wenn dieser zum Beispiel rutscht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben uns für zu Hause ein gebrauchtes Laufband zugelegt, bei dem der Laufgurt einfach nicht ganz gerade verläuft und das möchte ich natürlich jetzt nachträglich noch richtig einstellen. Hierfür gibt es normalerweise bei jedem Laufband auf jeder Seite am Ende so eine spezielle Gurteinstellschraube, die können wir hier auch bei dem kaputten Teil sehen und da können wir mit dem passenden Inbusschlüssel ganz einfach hineingehen und somit auch auf dieser Seite den Gurt jetzt entweder lockern oder natürlich auch nachspannen. Zuerst einmal sollten wir das Laufband aber auf circa 3 bis 4 kmh starten und dann können wir uns auch mal die Abstände hier auf der Seite zum Gurt jeweils genauer anschauen. Ich denke, bei mir kann man gut erkennen, hier ist der Abstand auf jeden Fall mit circa 1 cm deutlich größer als auf der linken Seite und das Ziel ist natürlich, dass die Abstände auf beiden Seiten in etwa gleich groß sind. Hierfür lockere ich das Laufband auf der rechten Seite einmal circa eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und somit sollte das Band jetzt nämlich auch schon über die Zeit immer weiter rechts rüber rutschen. Wenn unser Abstand dann auf beiden Seiten in etwa gleich groß ist, dann sollten wir mal noch circa eine halbe Umdrehung jetzt im Uhrzeigersinn zurückgehen, da wir natürlich nicht möchten, dass das Band immer weiter zu unserer rechten Seite rüber rutscht. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus und falls du noch das Problem hast, dass einfach der Gurt beim Laufen immer mal wieder durchrutscht, dann müssen wir das Ganze auf beiden Seiten gleichmäßig stark nachziehen und hierfür würde ich einfach mal circa eine halbe Umdrehung die Schraube noch im Uhrzeigersinn fest drehen. Und somit haben wir auch schon unser Laufband richtig nachgespannt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch einen passenden Inbusschlüssel, spezielles Silikonspray für die regelmäßige Wartung, was ich natürlich im extra Video auch schon gezeigt habe oder auch gleich ein neues hochwertiges Laufband zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.